Ihr wollt eine Pasta-Sauce in fünf Minuten? Gut! Burrata-Pasta, auf geht's! Olivenöl reingeben. Eine Knoblauchzehe. Andrücken. Schälen und ins Öl geben. Außerdem eine Schalotte. Grob zerhacken und mit dazugeben. Eine Handvoll Tomaten, am besten Kirschtomaten, grob vierteln. Mit so auch in Zwiebeln geben. Ein bisschen Thymian mit dazu. Grobes Meersalz. Pfeffer. Basilikum-Blätter einfach mit oben drauf schmeißen. Kleine Prise Zucker obendrauf. Ab in den Mixer. Und hier obendrauf kommt jetzt unser Burrata. Hüpp. Brrrrl... Brrrrl... Guck mal hier. Was ist eine geile Soße, oder? Brrrrl... Wow, alter. Brrrrl... Top! Passt er in die Soße. Hammer! Was eine geile Konsistenz. Guccola. Gedrockene Tomate. und finalisieren das Ganze mit ein paar Parmesan-Spähen.